Einen schönen Sonntagmorgen. Willkommen im HR Fernsehen, willkommen zum Sonntagsgespräch. Und in diesen Wochen vor Ostern, da geht es bei uns schwerpunktmäßig um die Frage aller Fragen, nämlich um die Frage, was eigentlich ist der Mensch? Und an diesem Sonntag begrüße ich ganz herzlich Martin Weiser. Einen schönen Sonntagmorgen, Herr Weiser. Herr Weiser, wer, wenn nicht Sie? Sie sind ein Mann des gewaltigen Wortes, haben ein bisschen Lebenserfahrung mitgebracht. Wenn ich ganz direkt frage, was bitte sehr ist der Mensch? Was würden Sie antworten? Dass sich diese Frage einem Erzähler nie, nie, nie stellt. Der Erzähler ist kein Verallgemeinerer, kein Philosoph, kein Soziologe, kein Politiker, kein Sozialwissenschaftler. Ich habe es immer mit einzelnen Menschen zu tun. Meine Figuren sind höchst konkret jeweils leidende und handelnde Menschen. Und es geht immer um diesen Menschen. Natürlich, der Leser und auch ich, wenn sich die Figur entwickelt, dann kann man vielleicht denken, was ist das für ein Mensch? Aber nie, was ist der Mensch? Das ist Ihre Fragestellung, die, Entschuldigung, die gibt es bei mir nur konkret. Ja, dann machen wir es so ganz konkret. Nehmen wir Ihr neues Buch, das jetzt in diesen Tagen erschienen ist, Martin Weiser mein Jenseits. Und da gibt es ja einen ganz konkreten Protagonisten, einem Psychiatrie-Professor August Feinlein. Und als ich das Buch gelesen habe, da hatte ich den Eindruck, der Mensch, oder dieser August Feinlein konkret, ist ein Wesen, das komisch wird und das fromm wird, wenn es alt wird. Stimmt das? Also, komisch, ja. Das bezieht er aus seiner Lebenserfahrung, dass Leute, wenn sie älter werden, für ihre Umwelt komisch werden. Das erzählt er aber so. Er sagt, in dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist, gab es eine Kultur des Umgangs mit älteren Menschen, mit komisch werdenden. Und daran hat er sich gerne erinnert. Jetzt lebt er in einer Umgebung, da kommt man nicht mehr in Frage, wenn man älter geworden ist. Das ist das eine. Das heißt, man ist abgeschrieben dann. Ja. Und fromm war er wahrscheinlich immer. Das ist nicht eine Sache. Im Gegenteil, im Gegenteil. Man kann gar nicht im Alter fromm werden, wenn man als Kind nicht fromm gewesen ist. Fromm sein, könnte ich jetzt ein bisschen allgemein sagen, ist eine bewahrte Kindlichkeit. Das ist unauslöschlich, was man als 5, 6, 7, 8, 9, 10-Jähriger in der Hinsicht erfahren hat. Das bleibt, auch so ein Wort, eine Prägung. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem komisch. Was heißt denn genau komisch? Ja gut. Ich erzähle das mit einem deutschen Wort, das es nur bei uns gibt, schon im hessischen oder nördlich der Donau schon nicht mehr. Also ich sage auch, es wird abgeleitet im Alemannischen von, wahrscheinlich von dem lateinischen Wort modus. Modus. Und die Bauern bei uns sagen Mödeln. Mödeln. Das sind kleine Modi. Nicht wahr? Mödeln, das hat nichts mit Mode zu tun, sondern das kommt von der Art und Weise. Ein Modus. Und Mödeln haben Älterwerdende. Das sind diese komischen Eigenarten der Älterwerdenden. Und die nennt man liebevoll Mödeln. Man könnte auch rein flachhochdeutsch sagen, sind es Skurrilitäten, Verrücktheiten. Das macht die Menschen ja sympathisch auch. Ja eben, das ist eine sympathische Art, sie zu bezeichnen. Und das ist dann auch komisch, weil sie fügen sich nicht mehr in die aktuellen Erwartungen, die man haben darf, auch in einem Dorf. Und da werden sie, sie sind besonders. Wenn man dann älter wird, es gibt ja, glaube ich, einen Satz von dem August Feinlein, von dem Protagonisten, der sagt, in gewissen Phasen des Lebens, da denkt man an die Karriere. Ich denke jetzt an das Jenseits inzwischen. Ist das auch ein Punkt, wenn man älter wird? Ja, es gibt da einen, seinen Konkurrenten, seinen möglichen Nachfolger, der denkt an die Karriere. Er denkt an sein Jenseits. Aber ich bitte Sie, dieses Jenseits ist nicht, das sind nicht die ewigen Jagdgründe, bitteschön. Das ist ja keine sichere Gegend, das ist kein Quartier, das man einfach hat und man weiß, da kommt man einmal hin, sondern dieses Jenseits ist eine Glaubensleistung. Und das Buch handelt davon, wie einer sein Jenseits hier und heute durch Glauben etablieren will. Und das ganze Buch handelt von den Glaubensvorgängen. Das kommt natürlich da eine Liebesgeschichte dazu, die sehr unglücklich ausgegangen ist und an der er lebenslänglich hängt. Und an die Geschichte und an diese Frau muss er glauben. Und da hat er einen Vorfahren, der war Abt in seinem Kloster und der hat ein Büchlein geschrieben und das liest auch mein Feinlein. Und da kommt der Satz vor, wir glauben mehr, als wir wissen. Was bedeutet, Moment, was heißt das? Wir glauben mehr, als wir wissen. Können Sie mir den Satz? Ja, irgendwie könnte ich Sie fragen. Überlegen Sie sich mal, ob Sie mehr glauben, als Sie wissen. Ich, in diesem Buch hat es sich so ergeben, aber als ich dann auch darüber nachdachte, ich musste es ja sozusagen auch vor mir rechtfertigen, dann hat es sich mir so dargestellt, wir leben zwar in einer Informationsgesellschaft, es hagelt Informationen, wo du hinkommst, von Werbung bis Tagesthemen und umgekehrt. Und trotzdem glaube ich, dass unser wirkliches Leben, unser sogenanntes Innenleben, unsere Gefühlswelt, unsere Empfindungsbasis ist nicht so sehr von dem abhängig, was wir zu wissen kriegen. Also nicht die Ratio. Nicht die Ratio. Ja, genau, sondern eben von Glaubenseigenheiten und Glaubenslieferungen. Und es ist ja so, der sagt ja auch, Glauben, das ist natürlich eine Leistung. Glauben ist etwas wie, das ist man nie positiv und ganz ruhig. Moment mal, ganz kurz einen Schritt zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Glauben, wir glauben mehr als wir wissen, bedeutet auch so eine Art von, ja ich sage mal, Grundvertrauen. Allein, dass wir das Grundvertrauen haben, dass diese Welt irgendwie gut ist, in der wir leben. Habe ich das richtig verstanden? Also gut, kommt mich gleich vor, aber bitteschön, Grundvertrauen ist auch etwas, das muss auch sehr früh gegründet sein, dass die Fähigkeit zu glauben überhaupt sich entwickelt. Und natürlich auch das ist etwas von kindheitlicher Befindlichkeit. Weil Kinder lernen ja alles durch Glauben. Sie müssen glauben. Eben. Sie müssen den Eltern trauen. Alles, ja, jeden Blick, jeder Gäste. Sie sind ganz und gar gläubig. Und jetzt kommt es darauf an, ob ein Kind, wie weit ein Kind im Glauben gebildet wird, dann darauf kommt es an, dann später, wie viel es dafür mag. Für mich ist Glauben können wie etwas, als Vergleich, wie musikalisch sein. Nicht jeder ist musikalisch. Und wer nicht glauben kann, wer das nicht gelernt hat als Kind, weil vielleicht seine Eltern von Anfang an ihn rationalisiert haben, für den bleibt das also eben vollkommen blind und taub und leer. Aber jetzt mal ganz persönlich gefragt, nicht nur August Feinlein, Martin Walser, sind Sie religiös-musikalisch? Schauen Sie, Sie hätten auch so sagen können, sind Sie gläubig? Ich wollte es nicht so direkt fragen. Ja, warum denn? Und an was glauben Sie dann? Na eben, dann muss ich sagen, das ist eben keine positive Befindlichkeit. Das kommt auch bei mir vor. Wenn man merkt, dass man glaubt, dann stellt sich sofort ein der Zweifel. Der große religiöse Karl Barth hat geschrieben, ich habe nie Ja gesagt, ohne Nein zu sagen. Der genauso große Kierkegaard, 19. Jahrhundert, hat geschrieben, die Größe des Glaubens wird kenntlich an der Größe des Unglaubens. Mit einem Fremdwort, das ist ein, bitte schön, ein dialektischer Prozess. Jede Glaubensempfindung produziert gleich den Zweifel. Ist das tatsächlich so? Jeder Zweifel produziert die Not. Das muss so sein. Verstehen Sie, das ist so. Und deswegen kann man einen Menschen nicht fragen, sind Sie gläubig? Weil das ist kein Seinszustand, das ist ein Prozess. Gut, aber man kann fragen, ob man...